ja Jo Leute das ist jetzt mein kleines Infovideo für alle Leute die es da draußen gibt ich hab was neues bei Twitch gemacht ihr könnt jeden Tag mal auf meinen Kanal bei Twitch einschalten ich mach keinen Livestream aber ich bin trotzdem live und ihr hört Musik also das heißt wenn ihr nachmittags z.B. in Minecraft oder andere Sachen zockt könnt ihr einfach schön auf meinen Kanal gehen und da läuft jeden Tag Musik ich hab extra noch was Bilder hinzugefügt und Text drauf geschrieben Musik live für zocken für zocken und ja werde mich freuen wenn ihr mal immer so einschalten würdet und bisschen Musik hört und ja ich wollte euch das nur mal sagen also der Link ist in der Beschreibung von meinem Kanal bei Twitch und ähm ja es kommt immer neue Musikarten dazu und ähm ja eigentlich jeden Tag wenn ich Zeit habe wenn ich zu Hause bin dann ähm mache ich das und ja ne freue mich schon drauf wenn ihr bisschen zuhört mit der Musik und bis dahin tschaui mit paui tschaui mit tschaui mit tschaui mit tschaui mit